Die Charaktere entwickeln sich und allmählich zeichnen sich auch gewisse Verhaltensmuster bei den Wolfswelpen ab. Kuma ist mit Abstand der offenste Wolf, aber auch gleichzeitig sehr an seinen Vater zum Wurzel. Er ist also nicht so eigenständig wie die beiden anderen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020